Wo ist denn Biggie, Danny? Ich, ich hau mal den rein. Ah, du Sau! Let's go, Baby. Yo, ich hab gestern gezockt im Squad mit Steel, Amar und Solution. Ich glaub, die erste Runde ist noch ohne Steel. Danach ist er dabei gewesen, Leute. Viel Spaß dabei. Heute Abend bin ich ab 22 Uhr live auf Twitch. Also stellt euch einen Wecker. 22 Uhr. Ich hab die letzte Woche, glaub ich, insgesamt über 20 Stunden gestreamt. Also nichts verpassen, Leute. Bei Twitch vorbeischauen. Viel Spaß mit den Runden. Let's go. Wie wär's mit Pleasant Park? Direkt rausspringen? Okay. Wo ist das Pleasant Park? Erkenn ich gar nicht mehr, Hermann. Raus. Pleasant war tilted, bevor tilted kam. Also ich werd zu dem blauen Haus auf der rechten. Nee, ich geh direkt zum ersten Haus hier rechts unten. Du auch einmal. Ich muss hier auch ganz unten rechts hin. Ja, das ist doch gut, dass sind wir alle hier. Ja, stimmt. Gehst du aus da? Nee, okay. Ehrenmann. Ehrenmann, Amar. Ich glaub, einer ist links zu der Tank gegangen von uns. Ja. Dickens. Pamka-Money, aber keiner Pamka-Nschmeckt. Digga, es gibt nichts besseres, als einen SMG aus der ersten Kiste zu bekommen, Digga. Ah, Mann. Und ein Biggie, Digga. Das ist eigentlich die perfekte Kiste. Nix besser, als keine Waffe zu haben. Das ist das allerbeste Gefühl. Oh, ich hab noch ein Biggie abzugeben. Ich hab sogar zwei am Start, ja. Ja, Digga. Boah, sexy. Tank gebaut, einer. Äh, ja. Kannst du was chillen? Ich mach mir was ein Biggie sein. Digga, er ist zu schlecht. Die stehen da rum und machen nichts, Digga. Das ist, ähm, was ist der gleich tot? Einen hab ich. Das sind zwei andere. Das sind zwei andere. Sag. Hey, was? Ich hab ihn doch geholt. Ja, ist doch gut. Ja, ich. Hab noch einen geholt. So, wer ist hier der Boss, Digga? Oh. Freunde. Ich finde stattfüllen. Wie den, wie so eine Ratze, Digga. Oh, ich halte ihn einfach hier. Digga, ich dachte, das ist die schlechteste Spieler der Welt, Digga. Ey, drop mal bitte irgendwas. Ich hab gar nicht mehr Muni, um meine eigene Waffe abzufeuern, Digga. Denny, wie so eine Ratze, Digga. Hast du mir das LMG echt gedroppt, Digga? Ja, mal auf korrekt ins Digga, weißt du? Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice, Digga. Okay, jetzt nicht drauf. Ich weiß, auch letzte Woche mach ich so, hol ich so am ersten Tag 10 Kill Solo vs. Solo win mit der neuen MP. Ich dachte so, ja, man, das Video wird richtig abgehen. Es hat nach einer Stunde 5Kl Klicks gehabt. Ich hab's gelöscht, hab mich geschämt. Digga, das kann ich immer so gut sein, ey, ne? Scheiße, hab's gelöscht. Ich bin geschämt, also. Noch nicht mal privat gemacht, sondern das ist einfach geil. Am 25. kommt Playground wieder. Ja. Da kann ich Amaya mal im One-on-One zerstören. Kappa. Na, sehen wir mal bis dahin. Ich hab noch wie viele Tage zum Trainieren? Zwei. Ja, gut. Nice, Alter. Das ist gar nicht schlecht. Ich dropp dir was runter. Oh, ja, Digga. Ich fang jetzt auf wie so ein kleiner Sklave. Warte, was kann ich dir geben? Ich kann dir den Bizeps geben. Wow. Oh, das ist nice. Mach's ja Teil, ich gerne, weißt du. Ich geb immer was zurück, so. Wahrscheinlich. Oh, Digga, der Ehrenmann-Move, Digga. Ey, Digga, Danny, weißt du auch, weil der Pizzabote mir einfach in die Nase gefasst hat, Digga, der Psychoparat? Ey, ich hab das auch neulich noch mal meinem Bruder erzählt. Ich schwör's dir. Ey, der komische ist im Moment meines Lebens, glaube ich. Ey, heute? Digga, das war so ein Röder-Moment. Leute, wir waren bei Danny, wir bestellen Pizza, auf Ehrenmann-Bars hat natürlich keiner Bargeld gehabt und der Pizzabote musste nochmal neu losfahren. Danny? Ja? Oh, oh, oh. Ah, ja, du hast die Kiste drauf. Und das hier? Irgendwas bereit? Guck mal nicht. Kann ich mir? Digga, ich versuch da... Irgendwas geiern, jawohl. Kann jemand noch einen großen Tag machen? Kurz den Bickel, Danny. Ich mach mal den rein. Oh! Du Sau! Digga. Okay, du hast selber schon voll. Digga. Oh, das sind sogar zwei. Was will ich da kurz auch noch haben? Oh, nein, Digga. Oder ich mach beide rein. Könnt ihr natürlich auch machen. Nein, hier. Amar, willst du Dings, äh, Sniper haben? Tusch, Digga, wir haben alle, wir haben ja Übel... Digga, wieso hast du mit denen gehen? Du hättest selber nehmen können. Du bist ja gar kein Egoist, Digga. Amar, sag du mal, mach du mal die Calls, wo es als nächstes hingeht. Ab geht's nach Viertel. Oh, Leute. Eieieiei, Freunde. Aha, Actionfreunde, da hör ich doch was. Was, wo? Da könnt ihr mich jetzt schön wiederbeleben. Macht euch schon mal drauf bereit. Boah, muss ganz schnell weg. Nicht so egoistisch sein, Digga. Auch ich muss wiederbelebt werden. Amar, Amar muss abschieben. Rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Außer, oben. Ah, ja, warte. Lass erst mal die holen. Ich balle mit LMG drauf. Oh mein Gott, entweder auf mir. Oh Gott, LMG, die kriegen so Headshots. Ich mach Action, ich mach Druck, ich mach Druck, ich mach Druck. Go ahead, go ahead. Jungs, I can help. Ich hab zwei gehittet. Ich hab zwei gehittet. Einer ist One Shot hier. Hallo? Digga, er... Oh mein Gott. Äh. Oh. Warte, ich mach noch nicht alle da. Hier, hier, Bruder. Hier im Haus. Äh, hier im Haus, ja. Gib mal hier die Shot von uns gleich. Aha. Haben wir sie alle? Ja. Oh, nice. Hat jemand Minis gesehen hier? Dann nehm ich direkt. Ja, hier sind Minis. Okay, ich schneid das Video gerade und es folgt jetzt der wirklich schlimmste Digger-Satz aller Zeiten. Aber wir müssen gleich echt weit, Digga. Digga, wie viel schon wieder hier gebaut wurde, Digga. Ist ja echt krank, Mann. Nein, ich konnte auch nicht spawnen, Digga. Hey. Scheiße, Alter. Äh, unter mir? Unter mir? Gegner? Ja. In welcher Richtung bist du denn? Ich hab zwei angehittet. Du bist hier, Digga? Wo? Ich sehe dich. Direkt gegenüber von mir. Ah, da im Haus, da im Haus. Ah, ja, da. Komm, wir machen Action, Danny, komm. Ja, das ist hier rein, oder? Okay, Master schießt aber dran. Hilt. Oh, der ist, ah, nice. Hab ihn, hab ihn. Noch einer hier, Bruder? Unten. Oh, hier. I come. Huch. Nein, 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 hier ist ne Falle, hier ist ne Falle, Digga. Oh mein Gott. Hinter mir, hinter mir, nein. Nein, noch, die Falle hat mich geholt, Digga. Hier sind zwei Fallen. Geht hier nicht rein, geht hier nicht rein. Digga, ich hab ihn noch. Huch. Ammar, Digga, ich dachte, wir müssen noch ganz woanders, Digga. Okay, gut, Ammar, Digga. Digga, du musst beide saven, du musst beide saven. Wo ist die Falle, wo ist die Falle, wo ist die Falle? Bei der Etage, in der ich bin, ich kann's nicht genau beschreiben. Das ist hier. Oh, Alter, ich hab auch jetzt mal Medis. Warte, ich krieg einfach wieder hoch, hier ist alles safe, Digga. Oh Gott, scheiße, Digga. Hast du irgendwas zum Heilen? Ja, ja, ich dropp dir direkt. Ah, nice, man, er hat auch was am Start, sehr gut, Freunde. Warte mal, ich muss es jetzt nehmen, Digga, warte. Nimm bei 20, nimm bei, äh, ne, nimm bei, nimm bei 15. Ich muss jetzt nehmen. Nimm bei 15, nimm bei 15. Ja, ich hab, ich hab, Digga, fuck, Digga, belastend. Sonst schaffst du's gar nicht. Ja, ja, ich nehm, ich nehm. Ah, ich hab ein Jump-Head, Digga, easy. Oh, das ist gut, Digga. Scheiße, Danny, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Oh, scheiße, Digga, Nasenbluten. Mach nicht zu hoch. Doch, 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 wir müssen richtig hoch. Gott, Digga, Nasenbluten. Oh, danke, nice stream. Oh, Marcel. Normalerweise trollen die mich immer, ne? Ah ja, aber verwitzig, Marcel, ich hab das Nasenbluten ja so von Digga klaut, ne? So richtig dreckig, Digga. Ich weiß noch, dass du das einmal irgendwann gejobbt hast, so. Egal, Digga. Bei einem Svencall oder so. Egal, Digga. Du hast so den Lachfisch meines Lebens geschoben. Also die Props für das Nasenbluten übrigens an Marcel Frank. Ja, Digga, alles easy. Ohne dich würde es mich gar nicht auf YouTube geben, also. Oh, guck mal hier, Digga, liebe. Nice. Hast du direkt aufgemacht? Schirm oder bist du, ne, du bist erst in die Zone geballert, oder? Nein, nein, direkt aufmachen. Okay, dann hab ich jetzt gejobbt. Ey, ich hab mir apropos, ich hab mir letztes Mal auf deinem Twitch-Kanal dieses Video angeschaut. Ah, Solution bei 2 Stunden mit 55, ne? Ja, Digga. Das kann man sich einfach immer noch reinziehen. Ich glaube, da muss ich mal drauf reagieren, Digga. Das hat halt über 100k Aufrufe oder sowas, ne? Echt? Ach so, du meinst, als ich in den Stream gekommen bin, meinst du? Ja, Digga, ich war so aufgeregt wegen kleiner Hunde, so, Digga. Wie lange ist das her? 6? 5? Hat noch jemand was zum Heilen? Verbände oder so? Du hast einen Blue oder nicht? Du hast noch Minis, oder? Ja, Minis hab ich, Minis hab ich. Ich geb mir einen zurück. Ich bin jetzt nicht ganz nice von Marcel. Kenn ich gar nicht, Digga. Schwass euch. Ja, das ist der Ding. Es ist dieser erste Season 5-Skin auf Stufe 4 oder Stufe 3, ich weiß nicht. Äh, gib bei dir einen Minis zurück, Danny. Okay, hier. Okay. Kann man machen? Muss man aber nicht, Digga. Digga, ich hab halt keinen Sniper. Lenk den mal ein bisschen ab. Ich push jetzt, Digga. Ich kann nichts anderes machen. Ja, ja. Okay, wir lenken ab. Ich snipe ihn kurz. Auf easy, oder? Oha, Alter. Oha, Alter. Hm, bitte nicht. Lass es sein. Komm her. Ja. Die haben Angst, Digga. Die haben Angst. Guck mal jetzt. Oh, die snitten ab. Echt, Digga. Das muss ich halt einfach challengen. Ich könnte es jetzt riskieren, aber es ist ein bisschen belastend, wenn die wissen, dass ich komme. Ach, scheiß. Ja, Mann ist auch wo hin. Ah, Mann ist auch wo hin. Ah, Mann ist so fit. Na, okay. Bin ich dabei. Ah, okay. Der nebenher hat es gecheckt. Der nebenher hat es gecheckt. Ich komm. Ich lenke die gerade ein bisschen ab hier. Ja, wir kommen. Also, ich auf jeden Fall. Weiß nicht, was da machen. Aber bei mir sind echt die Gegner, Digga. Der ist down. Einen hab ich down. Einen hab ich down. Einen hab ich down. Oh, oh, richtig, Jungs. Nice. Start, Mann. Sehr taktisch, Jungs. Sehr taktisch, Jungs. Sehr taktisch. Ah, ist so, Mann. Ist so. Hier ist noch eine liene Sniper. Naja. Da ist eine blaue Jagd. Hat jemand noch zufällig irgendwie, müssen wir es zum Heilen am Start oder wo? Ja, ich hab zwei Minis. Komm her. Und ich hab Verbände, komm her. I come. Liegt hier alles. Haben wir noch Bouncepads? Äh, ne, ne, nicht. Wir müssen uns drei schmutzige Fallen abzugeben. Hat jemand ein bisschen, wobei meine Ressourcen... Da hinten ist das Auto, Auto auf N. Ich hab ihn nur gehittet. Blau. Das sind drei. Zwei. 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 Vielleicht sogar vier. Werden wir vielleicht haben. Einer hat den anderen gerade gehealt hier drin. Hier direkt in der Box. Ja, Mann, mach du den erstmal. Mach du den. Er ist One-Shot. Digga, hier mit der Falle machen die aber schon ernst Digga. Hab den ein. Nein, 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 nein. Hab ihm ein 66er gegeben. Ich hab meine Treppen falsch rum Digga. Okay, jetzt geht's, jetzt geht's. Dein ist One-Shot unter dir. Der eine ist One-Shot unter dir. Hab den. Weiß. Weiß. Weiß im Falle auch. Na, pass auf. Überall fallen. Okay, noch ein Gegner. Ne, zwei Gegner. Oh, die Scar, endlich Digga. Ich glaub, der lebt hierna auch der Lutscher unter mir. Achso, was denn? Leute, hier ist ein Jiggy Jagger Jackson für jemanden von euch. Ist hier noch einer? Weiß nicht. Danny, willst du den Jiggy Jagger Jackson? Ne, Digga. Ich heiz ein bisschen rum, Jungs. Auch drei. Noch zwei Gegner, also hier ist noch einmal nicht ganz gewonnen, Danny. Was eigentlich mit Carsten? Kommt er noch oder nicht? Ich weiß nicht, ich hab wohl auch schon ein paar Mal nachgefragt. Aber ich denk, der wird wohl mit seiner Freundin irgendwie busy sein. Okay. If you know what I mean. Schass. Na ja. Sag dir der, der gerade noch spazieren war mit seiner Freundin? Weil ich Ehrenmann bin, Digga, deswegen. Genau. So, wir gucken, ob die da hinten über unsere alte Bars oder im Tunnel können die mal gerne rauskommen für den schönen Sniper-Schoß bei Marcel. Das wäre mein dritter Sniper-Kill in Fortnite. Die sind beide auf N. 3,37. Komm, Marcelo. Jetzt trifft einmal einen Sniper-Schoß. Oh, ein Millimeter daneben. Die sind in der Brücke drin bei N. Wo ist N? Wo ist N? Welche Brücke N? Da oben in dieser Brücke. Ah, da. Einer. Jungs, ich fahre rein da. Linkes Fenster ist einer. Oh, yeah. Und ich würde so gerne diesen so lost, das ist traurig. Oh. Und ich würde so gerne jetzt mal einen Sniper-Kill machen. Oh, Bruder. Ich versuch dich zu saven. Ich hab den ein. Auf Ehre wenigstens reingegangen, Leute. Oh, ich wollte den finishen. Ja, warte, ich versuch gerade. Ich hab den gefinished. Alles gut. Okay, der Typ ist so laut. Warte mal, warte mal, lass mich an. Warte mal, warte mal, bevor du ihn tötest. Warte mal kurz. Ich versuch ihn zu snipen. Ich versuch ihn zu snipen. Ich versuch ihn zu snipen. Äh, ich warte. Let's go, baby. Ach so. Ne, ich hab ihn dann ganz billig gesnipht. Aber egal, Digga. Hammer, willst du eigentlich BO4 wieder grinden? Hm. Weiß ihn noch nicht. Wenn das Game geil ist, ja. Aber, wenn das halt so ist wie dieses Jahr. Ja, dann nicht. Ich hab's halt gespielt. Und ich fand's halt, wie gesagt, mit den Schlungen hat mich halt echt abgefuckt. Ja, dass man da irgendwie 250% leben hat. Ja, das ist schon krass. Aber ich freu mich eher auf den Battle Royale Modus. Ja, ich auch. Ich auch. Nur eigentlich. Ja. Battle Royale kommt ja auch die Beta raus, ne? So in einem Monat oder so. Hm, September. Ja, ich geh in Main, ne? Na, ich komm hin. Hm, hier auf die rechte Terrasse. Ich müsste auch als erstes da sein. Außer ich hab mal wieder Pech. Du bist Pech? Du hast Pech? Wo gehst du in die Mitte direkt? Ja, ne? Ich hab jetzt die Aki wieder aufgehoben. Oh, ja, komm. Putti, putti. Digga, wie ihr hier runtergefallen ist. Ah, warte. Das ist besser, das ist besser. Die Kiste ist immer hier, Alter. Einen hab ich hier Downsteal? Ja, sauber. Ich hab auch einen gedacht, sauber. Die sind recht gegen Zoe's, Kind. So wie Wespen. Wie du sie gequält hast. Ich hau mir ganz schnell einen Bigness rein. Dann komm ich direkt zu euch. Oh, überhaupt nicht was weiß ich, glaub ich. Ja, da haben wir zu euch. Nein, 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 nein. Ja, die wurde erst... Oh, ja, Dauert. Oh Gott, Digga. Spiel komplett los, Digga. Das ist ein Gründer, Digga. Das ist ein Gründer, Digga. Hab down, hab down, hab down. Sauber, sauber. Ehre. Boah, Digga, what the fuck. Alles gut hier? Das wird die 70 Kö-Runde, Freunde. Das wird die 70 Kö-Runde, Freunde. Ich hab schon hier. Du musst dir aber Gas geben. Da steuer ich nicht viel zu bei. Ehre. Äh, boop. Das war immer das MG hier am Start. Alter, sag ich auch ganz nice. Schadensmäßig. Hm. Boah, die Palettis, Digga. Die müssen erst mal hier rechts ziehen. Oh, das ist natürlich absolut richtig. Aber die wollen auch ein bisschen runtergezogen. Ich hab einen Jump Pad. Ich hab die Apo-Red-Faller platziert. Seid ihr alle dahinten? Vor mir, vor mir, vor mir, Silly. Ja, ich komm, ich komm. Äh, ja, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Der geht hoch, der geht hoch. Ja. Sorry. Die ist runtergefallen. Ja. Guter Call. Alter, was passiert hier, Digga? Oh, Danny. Sauber. Ja, Mann. Habt ihr alle, habt ihr alle? Ja, Finishing. Sorry, Mann. Die Frachi, Alter. Digga, die ist so Ekelhaft, diese Frau. Nice chance. Ah, da unten, unten. Digga, die alle da drauf schießen. Ja, die waren so hart bombardiert da hinten. Oh, Gott. Genau, wo wir leben. No. Die sind komplett außen. Bossnade. Bossnade, Digga. Wahrscheinlich, oder? Oh, ich werde hart gehittet. Oh, oh. Wink. Komm, Stealbree. Wink. 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 Erstmal direkt Finishing, Digga. Ja, Mann. Wenn die gleich runterkommt, sag ich. Ich sag's dir doch. Oh, oh, ich hab schon das hier. Oh, Jungs, ich liebe euch. Ich hab alle angeschossen. Ich hab keinen einzigen geholt. Glaub ich tanzen, Digga? Achso, wegen dir. Ja, ja, das ist schon recht, Digga. Ist dir immer eine MP am Start? Das war's mit der 20 Killrunde. Ich hab schon 100 Blue Life, hab ich mir gegönnt, Freunde. Oh, sehr schön. Jumpe, 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 Jumpe. Ehrenhaft. Können wir noch mal ganz kurz diskutieren, dass Marcel sich 100 Leben gegönnt hat? Marcel, wie? Digga, ich hatte nur 23 White Life, Digga. Ah, ja. I had to, Bro, I had to. Vor mir, vor mir, vor mir. Gib mir das Medi hier. Ah, ne, er für Solution, würde ich sagen. Ich glaub, das nehm ich. Nimm du das mal ein, Digga, nimm du das mal ein. Das macht am meisten Sinn. Ich bin jetzt einfach nicht. Hier ist durch. Ich hab gesagt... Nein, komm mal her, Danny. Nein, Jungs, alles gut. Danny, was mit der Wimps-Tree? Ich hab 15 Verband, wenn du einen anhalten willst. Jepa! Ja, Danny, jetzt bin ich alleine hier, Digga. Das war's komplett. Boah. No! Wie kann er dich denn holen mit 2 AP? Wie geht das denn? Ich hab den einen komplett gut geschossen. Ja. Ach, Mann. Ich hab ihn. Boah, okay, das war nur einer. Sorry. Marcel 100er Prezi Scorpion. Wo ist Danny? Jungs, aber jetzt nehm ich von deinem Leben. Ich dachte, das ist ein easy Ablauf, Digga. Ich hol jetzt auch immer vier Leute weg. Das war okay, Digga. Naja, das ist echt, Digga. Direkt die erste Tore, Digga. Beste. Ich hab noch einen Jump Head, lass uns mal was benutzen. Salty oder so. Ja, ich hab auch noch einen. Besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich auf 100 komme jetzt? Auf 200? Nee. Boah, okay. Im Turm ist du easy? 150 aber. 150 aber. Ah, egal. Da dreist. Krieg doch auf, ne? Ich geh einfach mal auf 100. Okay. Hier. Ah, 150. Okay, danke, Bruder. Boah, ich hab gar keinen mehr Ripp zu lassen. Okay, ich mach nicht zu hoch. Oh, das hast du wieder komplett. Schnell, oh Gott. Ah, Nasen hoch. Danke, Mann. Grüß dich einfach. Von wo haben die geschossen? Ich weiß es nicht. So. Sie haben aber auch nicht geschossen, gell? Ja, Leute. Dann komm ich jetzt zu euch zurück, oder? Digga, du hättest einfach auch weiterlaufen können. Was? Es ist heilig, um die. Hast du einen Trampo-Aufstatter oder bist du einfach so da oben? Ja, da oben. Oh mein Mann! Warte, ich lenke ihn ab, ich lenke ihn ab, ich lenke ihn ab. Ist das nur einer, oder was? Ja, das ist einer. Ey, Trampo-Aufstatt, das ist am A. Oh, war das close, Digga, komm. Ich heil mich jetzt mal auf ganz easy. Hattest du möglichst das Ding noch heile, Mann. Wir brauchen das nämlich gleich. Aber mach den mal schnell fertig. Oh, shit! Die haben auch noch MGs und so. Die sind ja richtig crazy. Ist das mehr als einer? Ja, zwei mindestens. Ey, was tue ich hier? Hallo? Hallo? Aha. So, ich nehme jetzt das Trampo-Aufstatt, komm zu dir. Ja, das ist der Fall der Witz. Genau, 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 genau. Hab Hitz, hab Hitz, hab Hitz. Okay, das war's. Weiter geht's. Lass mich auch sein Trampo benutzen. Ja, Trampo benutzen. Ja, safe. Oh no. Digga, muss ich jetzt nicht bauen. Ich hab keine Ressourcen, ich konnte einfach nicht bauen. Und ich hab auch einen, 20er, das war's hier komplett mit meinem Schaden. Ich komm einfach zu helfen, Alter, alles wieder tot. Ich krieg's nur noch Schaden von der Zone, Alter. Ich hab, ich hätte ein Lagerfeuer gleich für uns. Ah, hier ist Lutrop, komm her. Was? Hier, Lutrop. Ey, Danny, bleib mal da oben, bleib mal da oben. Warte noch, warte noch, warte noch. Komm, auf Ansage, Hitz. Warte noch, warte noch. Ich zeig dir was, ich zeig dir was. Ah, nee, keine Ansage. Komm her. Und noch ein Trampo ist übrigens drin. Echt nice, ne. Warte, und jetzt hier. Jetzt fäll ich runter aus und sterbe. Und jetzt? Oh, guck's. Oh. Fuck der. Und jetzt? Jetzt sind wir viel höher geflogen als sonst. Ich nicht, glaub ich, gefühlt. Du auf jeden Fall. Ich hab irgendwas abgefahren, glaub ich. Muss ja. Ey, Jungs, vor uns hier, vor uns hier. Ich geh direkt rein. Ich geh direkt rein. Direkt. Direkt. Auf richtig close. Obwohl, ne, man meint sich überall, weil ich muss los. Ich komm nicht wieder. Ich komm nicht wieder. Ich komm nicht wieder. Das war's komplett mit meinem Leben. Ich helfe dir. Er hat Shots kassiert. Er merke ich schon selber. Ja. Hab noch'n Shot, noch'n Shot. Noch'n Shot. Er ist One-Shot, Amar. Er merke ich schon selber, Digga. Sag ich. Oh. Er ist tot. Oh, doch nicht. Ist gut. Warte, ich geb dir noch nen Big Miss. Geil, Digga. Nein, das ist ein Ehrenamt für den Wuppi. Ich hab nen Lagerfeuer für uns alle. Ey, hast du oben schon gelootet? Aber, ja. Danke, Digga. Aber da ist noch ne Raketenwerfer, glaub ich. Oh, Rekt. Oh, Big Miss. Oh, willst du... Komm, komm, du hast eh Waffe jedes. Ne, 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 ne. Ich lass ihn liegen. 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 Digga, der wird da. Warte, ich nimm ihn. Ich hab ihn mir schon geholt. Hey, Lenny's reingesprungen. Alle rein, alle rein. Nein, Digga, Jungs. Was? Oh, ich hab's noch geschafft, Digga. Jungs, wir sind bei dir. Jungs, wir sind bei dir. Hier unten, hier unten. Ich hab'n direkt rein. Bin tot jetzt. Oh! Oh my god. Hit! Ach, man. Hab einen. Eine Ehre genommen auf jeden Fall. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Zwei mindestens, zwei mindestens. Ich brauch Shotgun-Amo, Digga. Fuck. Ich bin einfach ein scheiß Team-Mit, oder? Real Rap. Unter mir? Oh. Alter, ich werd so weggeschossen hier. Was ist los? Oh, was ist los? Oh, war der Klos, Digga. Ja, ich sauber, Digga. Digga, ich wurd' von der anderen Seite mit einem Raketen-Mapper gesprochen. Was, Digga? Ich hab' noch einen Jump-Header, warum wir das benutzen? Ah, da sind sie. Jungs, wollen wir rüberfliegen? Jungs, wollen wir rüberfliegen? Mal klar hier. Ich hab' nur Verbände, aber ich glaub' da war noch ein Mädchen. Mini, Mini. Mini, Mini. Ja, danke. Oh, Jaki, wer? Korrekt. Hey! Hey! Oh, sorry, Digga. Das war's komplett. Okay, wollen wir rüberfliegen? Wollen wir rüberfliegen? Ich hab' noch einen Wiggy für dich, Amar. Ich hab' noch einen Wiggy für dich. Ich geh' einen gewinne, ich auch so gewinne. Hier. Hast du noch Shotgun Amar, ne? Ja, ja, ja. Ja. Oh, Digga, Marcel hat alles für mich hier, Marcel. Bitteschön. Oh, Digga. Okay, Danny ist rübergeflogen, warum auch immer. Soll ich das Mädchen nehmen? Ja, ne? Ah, ne, okay. Wollen wir rüberfliegen? Ja, ich halte mich erstmal auf locker. Digga, bau, bau, bau vor mir. Oh, fuck. Ey, nein, meine. Nein, Danny. Alles gut, Jungs. Das war mein Fehler. Ich hab's irgendwie mitgekommen. Troffen. Ja. Der Team ist ja, der wurde angehltet, Marcel. Der wurde angehltet mit dem Ding. Ja. Einen hab' ich. Der andere ist hier drin. Der andere ist, der andere ist White Life. White Life. Weil ich hab' mit'n Schneiperschuss passiert. Ich guck, Marcel ist mal zu vorne. Komm, Marcel, fick eine Mutter. Oh. Oh. Hast du sogar? Oh, nice, Digga. Stihl, bei dir hab' ich einen geholt. Ja, er ist sauber. Ja, so ein Blue Shot. Push den. Übrigens, nur noch da gehen am Start, ne? Ach so. Fakt, Digga. Autismus. Haha, ich seh's. Sehen die ganz oben bei dir. Das könnte quasi ich sein, einfach der spielt. Sauber, Jungs. Hiiii. Jungs, sehr gut, Mann. Ah, das war der zwölfte Win, glaub' ich? Okay, nice. Kennt man doch vorhin, kennt man doch. Weltrekord. Ich glaub, ich zahl mir den Rekord langsam, oder? Du hast recht, aber. Ich kann nicht sagen. Ich kann das nicht sagen.